Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die drei gängigsten Pop-Up-Strandmuscheln wieder ganz einfach zusammenfalten kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst zeige ich es euch anhand Modell Nummer 1, das ist hier dieses relativ breite, wie es auch oft bei Aldi und Lidl zu kaufen gibt. Modell Nummer 2 ist dieses relativ längliche hier aus dem Internet. Und Modell Nummer 3 ist diese zeltendliche Strandmuschel hier, für das entsprechende Modell, was du zu Hause hast, jetzt einfach an die richtige Stelle im Video vorspulen. Bei unserem breiteren Modell hier müssen wir diese jetzt erst einmal auf den Kopf umdrehen. Also ganz einfach bei mir auf die gelbe Seite hier geben und dann anschließend beide Enden miteinander verbinden. Hierfür habe ich die eine Seite jetzt am Boden und drücke die andere Seite ganz einfach hier nach unten. Das sollte relativ leicht gehen und jetzt mit einer Hand nämlich das Ganze hier hinten noch schön festhalten. Und somit kann ich auch schon meine Strandmuschel hier einmal um 90 Grad noch hindrehen. Als nächstes hält meine linke Hand immer noch diese zwei Stücke hier unten fest und mit der rechten Hand schaue ich einmal, dass ich dieses blaue Stück und das gelbe Stück aneinander zu packen kriege. So wie es bei mir jetzt der Fall ist. Jetzt drehe ich mich mal um, damit man es vielleicht besser sehen kann. Meine rechte Hand ist jetzt vorne, die linke hält hinten immer noch schön zu. Und jetzt gehe ich mit der rechten Hand einfach einmal nach unten zu meinem Fuß in die Richtung hin. Du kannst sehen, es lässt sich wirklich super einklappen. Hier unten jetzt noch etwas Platz machen und nun kann ich nämlich mit dem einen Fuß hier schön draufstellen. Meine linke Hand hält das Zelt bzw. die Strandmuschel immer noch fest und mein linker Fuß bzw. rechter Fuß jetzt dieses untere Stück hier. Nun ist es vollkommen egal. Wir haben hier zwei gleiche Seiten und entweder die rechte oder die linke kann ich jetzt nach unten einklappen. Ich nehme mal die rechte her, die linke halte ich immer noch mit meiner linken Hand hier schön fest. Die rechte klappe ich also einfach mal so schön nach unten. Das sollte auch schon passen. Man kann immer mit den Füßen hier noch etwas festhalten, dass das Ganze nicht wieder aufpoppt. Und nun noch meine linke Hälfte hier, die wo natürlich identisch mit der anderen war, auch nach unten klappen. Und somit habe ich jetzt auch schon meine erste Strandmuschel, nämlich wieder in so einer Kreisform. Bei den meisten Modellen befindet sich hier noch so eine Gummilasche und die kann ich jetzt auch noch um meine Strandmuschel rumgeben, dass sie sich nicht mehr löst. Hierfür einfach mit der einen Hand immer noch schön festhalten, mit der anderen Hand diese Gummilasche einmal bis zur Mitte ungefähr hindurch geben. Zu zweit ist es natürlich nochmal leichter, aber alleine ist es auch auf jeden Fall machbar. Und somit haben wir die erste Strandmuschel schon super zusammengefaltet und die kann ich jetzt ganz einfach noch in meinen Beutel geben. Modell Nummer zwei ist diese längliche Strandmuschel hier und blöd gesagt besteht sie aus vier einzelnen Streben. Zum einen habe ich mal hier vorne meine Seite, hier oben habe ich eine, hier habe ich eine und hier unten. Und diese muss ich jetzt einfach einmal zusammennehmen, dass ich am Ende alle mit einer Hand halten kann. Deswegen hier unten einmal zusammenklappen, dann nehme ich meine dritte Seite mit hinzu, halte auch diese fest und zum Schluss noch die große. Kann man natürlich auch alles andersrum machen. Und dann, wie bei der Strandmuschel zuvor auch, einfach einmal um 90 Grad drehen, dass diese hier so steht. Mit der linken Hand halte ich hier die vier Stücke vorne noch zusammen. Jetzt drehe ich mich mal, damit man es auch besser sehen kann. Und mit der rechten Hand gehe ich einfach mal hier oben auf die Fläche drauf, drücke ich sie nach unten Richtung meine Füße. Also ich drücke sie jetzt auch etwas nach innen, dass sie wirklich so nach hinten zu meinen Füßen geht. Und was man jetzt etwas schwer sehen kann, hier unten, wo meine rechte Hand ist, gehe ich jetzt noch mit meinem Fuß drauf, dass diese Stange auch einfach unten schön am Boden bleibt. Somit halte ich mit der linken Hand noch fest, mit meinem linken Fuß und die rechte Hand hier ist frei. Jetzt habe ich hier noch zwei identische Teile. Es ist vollkommen egal, mit welchen ich anfange. Bei mir ist jetzt einfach mal die rechte Seite und diese klappe ich hier nach unten. Diese ist natürlich genauso groß jetzt ungefähr, wie das andere Teil. Zur Unterstützung gehe ich noch mit meinem rechten Fuß hier auch drauf, dann mit dem linken, dass es auch wirklich am Boden hier bleibt. Und nun noch meine linke Seite auch nach unten einklappen. Und schon sollten wir hier nämlich einen relativ gleich großen Kreis haben, wie es bei mir finde ich jetzt auf jeden Fall schon relativ gut ausschaut. Und danach bei den meisten Modellen haben wir hier noch so eine Gummilasche. Und diese Gummilasche kann ich jetzt auch noch um meine Strandmuschel hier rum geben. Die Lasche wollte jetzt natürlich nicht sofort rum, deswegen am besten noch mit einer Hand hier oben direkt bei der Lasche alles zusammenhalten. Dann geht es nämlich auch um einiges leichter. Somit diese jetzt einfach ungefähr bis zur Hälfte von der Strandmuschel rum machen. Und du kannst sehen, wir haben auch diese Strandmuschel wieder schön zusammengebaut. Und diese kann jetzt einfach wieder ganz normal in unseren Beutel zurück. Modell Nummer 3 geht meiner Meinung nach zum ersten Mal abbauen auf jeden Fall am schwierigsten. Doch wir schaffen das jetzt auch. Hierfür können wir nämlich das ganze Zeug einfach einmal draußen lassen. Und wir können sehen, wir haben hier rechts eine Seite und hier links eine Seite. Und diese klappen wir jetzt einfach einmal zusammen, sodass hier ein Dreieck entsteht. Wir haben hier oben die Spitze, die lange ich jetzt mit meiner linken Hand einmal an und halte sie fest. Und hier rechts haben wir auch noch so eine Rundung, die wo ich mit der rechten Hand festhalte. Nun muss ich die zwei Seiten nach vorne wie einen Tuck zusammenfalten. Wenn es nicht so einfach geht, am besten mit dem Kinn hier in der Mitte mal etwas nach hinten drücken. Dann kann man nämlich die zwei Seiten auch schon gut zueinander hindrehen. Und jetzt wird es etwas kompliziert. Nämlich wir drehen es wirklich schön zusammen. Hier oben sind wir zusammen. Und jetzt können wir sehen, wenn ich noch etwas weiter drehe, dann geht dieser Bereich automatisch so nach unten weg. Heißt, ich drehe etwas weiter. Und meine Strandmuschel klappt sich hier von alleine zusammen. Beim ersten Mal ist das noch wirklich etwas komisch. Doch wenn man es ein paar Mal gemacht hat, wirklich gar kein Problem. Somit haben wir jetzt hier noch einen kleinen Gereis und hier unten noch einen kleinen Gereis. Und diese kann ich jetzt auch ganz einfach hier so zusammenfalten. Nur noch das ganze Zeug hier außenrum auch etwas in die Mitte geben. Und schon haben wir unsere dritte Strandmuschel auch schon richtig zusammengefalten. Und diese kann jetzt auch einfach in unseren Beutel zurück. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so eine neue hochwertige Pop-Up-Strandmuschel oder auch solche speziellen Sandheringe für den Strand zulegen möchtest, damit dieses einfach nicht wegfliegt, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Vielen Dank.